Hallo, liebe Deutschlernende! Die FAQ ist fertig. Ja, genau. Jetzt gibt es häufig gestellte Fragen bzw. eine Seite, wo alle Fragen aufgelistet sind, die ich häufig bekomme, mit detaillierten Antworten. Weshalb ich denke, dass diese Seite besonders interessant für dich sein wird. AuthenticGermanLearning.com Schaue sie dir an. Ich bin mir sicher, ein paar Fragen, die du hast, werden dort beantwortet und ich bin immer offen für Feedback. Also dieses Video ist, um Feedback zu bitten. Was denkst du über meine neue Webseite und die FAQ? Ich bin gespannt. Bis dann! Danke im Voraus natürlich!